Hallo, in diesem Video werde ich nochmal die Follower-Funktion im Bereich der Compiler erklären, diesmal mit Epsilon. Ich gehe davon aus, dass ihr das Video ohne Epsilon gesehen und verstanden habt, das heißt ich brauche das nicht mehr so groß zu erklären. Ich werde mich also mehr mit dem Epsilon beschäftigen, weil das nicht ganz so leicht ist. Okay, wir wollen direkt durchstarten, wir haben hier unsere Regeln. Was hat sich geändert? Wir haben jetzt hier bei der Regel B ein Epsilon und bei der Regel D haben wir auch ein Epsilon. Außerdem habe ich den technischen Zustand diesmal direkt mit dazu geschrieben. Das heißt, wenn nach A nichts mehr kommt, nichts mehr ist das Dollarzeichen, dann sind wir fertig. So, als nächstes gucken wir uns erstmal die First-Regeln, Entschuldigung, die First-Mengen an. Da hat sich eigentlich auch nicht viel getan, außer dass wir jetzt hier und hier unser Epsilon haben. Warum? Ist ja klar, wir wollen das erste Zeichen, darf ich jetzt nicht sagen, sonst passt das mit der nächsten Erklärung nicht mehr. Aber sagen wir mal, das erste Ding, was auch immer hier kommt, wollen wir haben. Deswegen steht hier Epsilon mit drin. Ich sage es vorweg, in den Follow-Mengen steht kein Epsilon mehr. Entschuldigung. Die Follow-Mengen beinhalten nur richtige Zeichen, sowas wie in diesem Fall I oder Klammer auf oder Klammer zu oder plus oder mal. Ja, plus oder mal meine ich natürlich. Okay, aber wir wollen das wieder wegmachen. So für alle von euch, die Regeln mögen, Entschuldigung, hier sind sie. Da hat wohl jemand die Reihenfolge nicht gelernt, würde ich sagen. Ja, das sind die Regeln. Ich möchte kurz dazu sagen, die Regel Nummer 1b hier unten, die wird häufig auch als Regel 3 genannt. Ich fand es aber praktischer, weil das quasi hier so ein If-Statement ist, das lieber untereinander zu schreiben. Das nur dazu, wir wollen uns damit nicht länger aufhalten. Wir wollen direkt zu den Follow-Funktionen kommen oder zu den Follow-Mengen. Ich wiederhole meine Erklärung nochmal. Was sagt mir die Follow-Funktion? Die Follow-Funktion sagt mir, welches Zeichen als nächstes kommt. Das heißt, Follow von A ist zum Beispiel ein Dollarzeichen. Wir können es direkt mal hier hinschreiben eigentlich. Guck mal, Dollarzeichen. Und Follow von A kann also auch eine Klammer zu sein. Eine Klammer zu. Und das war es eigentlich auch schon. Das wissen wir. Okay, vielleicht nochmal ein bisschen anschaulicher. Lass uns mal gucken. A. Nur mal so rein theoretisch. Was könnte denn in A drinnen stehen? X, Y, Z. Das hat jetzt nichts mit den Regeln hier zu tun. Das ist einfach nur so. Und danach kommt eine Klammer. Und die darf auch kommen. Und da steht auch vielleicht eine Klammer. Und hier steht vielleicht ein Mal. Dann soll uns Follow immer dieses nächste Zeichen hier geben. Das ist im Grunde alles. Und es gibt dann jetzt aber so Spezialfälle, wie zum Beispiel im Fall von B. Nach B, guck mal hier, da kommt ja gar nichts mehr, möchte man meinen. Was macht man denn jetzt dann? Dann, und das haben wir ja auch im anderen Video schon gelernt, sagen wir, so rum muss ich ja den Pfeil eigentlich machen dann. So. Uns interessiert ja hier, was nach dem B kommt. Also wie in diesem Fall das hier. Und das können wir einfach nur in A umwandeln. Das heißt aber immer noch, dass uns, oder das heißt aber trotzdem, dass uns immer noch dieses Ding hier, dieses Zeichen an dieser Stelle hier interessiert. Nur, dass halt C, B jetzt nach A geworden ist. Das heißt konkret, wenn wir jetzt Follow von B wissen wollen, dann wollen wir eigentlich auch Follow von A wissen. Das schreiben wir direkt mal hin. Und in diesem zweiten Fall hier, ist ein bisschen redundant, aber ich schreibe es sicherheitshalber nochmal hin, ist auf jeden Fall auch eine Teilmenge Follow von A. Äh, Entschuldigung. Follow von B natürlich. Im Endeffekt interessiert uns das aber gar nicht mehr, denn es ist redundant und wir mögen keine redundanten Sachen. Warum auch immer. Und für alle, die es interessiert, ich habe übrigens gerade die Regel Nummer 2 angewendet. So, und jetzt brauchen wir ein bisschen Platz, deswegen mache ich das mal weg hier. Jetzt kümmern wir uns um Follow Nummer C. Jetzt wird es wichtig und ein bisschen schwierig. Ich mache das mal weg hier. Erstmal wissen wir, Follow von C, das ist ja wohl das erste Zeichen in B dann. Lass mich das mal so hinschreiben. Sagen wir, B ist ein bisschen anders definiert als da. Sagen wir, B ist definiert durch A, klein A, klein A. Und danach kommt B, das hat hier Plus und nochmal C und nochmal B. So, dann interessiert uns natürlich hier dieses erste Zeichen. Allgemein gesprochen interessiert uns also dann Follow von B. Und das war natürlich absoluter Mist. Es interessiert uns natürlich First von B. Dieses erste Zeichen nämlich. Okay. So, jetzt haben wir aber noch einen anderen Fall. Wir haben ja B, kann ja auch Epsilon sein. So, und lass uns mal noch einen anderen Zustand dazu schreiben. Einer, der am besten gar nichts damit zu tun hat, damit es nicht zu sehr verwirrend ist. K entsteht aus zwei Bs. Das hier ist übrigens unsere Eingabe. Ich habe es mal als Input abgekürzt. So, und jetzt müssen wir uns aber die Eingabe nochmal genauer überlegen. Was genau heißt diese Eingabe? A, A, Epsilon, B, B. Konkret heißt diese Eingabe nämlich A, A, B, B. Epsilon ist ja nichts. Ist ja gar nichts. Epsilon könnte genauso gut hier stehen. Auch wieder mit einem B. Epsilon kann überall stehen. Denn es ist ja nichts. Wir machen das wieder weg hier. Das ist wichtig. Das ist unsere Eingabe hier. Das ist unsere eigentliche Eingabe. Das ist nur die Art. A, A, Epsilon, B, B ist nur die Art, wie wir es interpretieren können. Man muss es nicht mit dem Epsilon interpretieren. Kann es aber. So, und jetzt überlegen wir uns, was wollen wir denn wissen? Wir wollen Follow von C wissen. Wir wissen, also hier, Follow von C. Ihr seid noch dabei. Wir wollen also das nächste Zeichen, deswegen habe ich es vorhin gesagt, das nächste Zeichen von C wissen. Und wenn wir uns die echte Eingabe angucken, dann ist das nämlich B. Ich mache das nochmal vielleicht anders. So, das ist, was uns interessiert. Das ist, was uns interessiert. Wenn wir jetzt aber mit unserer bisherigen Regeln gehen und sagen, First von B. Dann würden wir ja den hier kriegen. Und das wollen wir nicht. Erstens steht in den Follow-Mengen kein Epsilon. Und zweitens ist es ja auch gar nicht das nächste Zeichen. So, wie kommen wir aber jetzt von C über B nach K in diesem Fall? Das ist natürlich ganz einfach. Wenn wir das von der Seite von Epsilon ausgucken, dann ist das einfach Follow von B. Denn das, was nach Epsilon kommt, ist ja dann dieses K. Und das ist, was diese Zusatzregel hier sagt, wenn diese zwei Fälle eintreten. Im Grunde gar nicht so schwer, wenn jetzt hier an der First-Stelle ein Epsilon steht und hier die First-Menge als Teilmenge gegeben ist, dann muss automatisch auch die Follow-Menge davon noch mit rein in diese Follow-Menge. Ich hoffe, das ging nicht so zu schnell. Das war im Grunde alles Wichtige von diesem Video. Wir machen es noch fertig natürlich. Was heißt, oh, und ich muss natürlich aufpassen. Hier muss natürlich noch ein ohne Epsilon rein. Sehr schwierig. Okay, so. So, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es dürfen nämlich keine Epsilons mit drin sein. Das haben wir ja gerade gelernt. So, ein bisschen schöner. Also, First-B ist drin, ohne Epsilon. Wir haben Plus. Und Follow-B ist drin. Follow-B. Was war Follow-B? Dollar und Klammer zu. So, und damit ist C geschafft und wir gehen über nach D. D ist wieder nicht so schwer. Wir haben wieder dasselbe Spiel wie mit vorher B. Wir müssen also einfach sagen, Follow von C. Und weil wir natürlich hier auch diese Regelmenge, Entschuldigung, diese Regel haben, wieder ein bisschen redundant, aber ich schreibe es nochmal sicherheitshalber hin. Auch noch die Follow-Menge von D. Das wird aber jetzt ignoriert, weil es rekursiv ist. Und uns interessiert nur die Follow-Menge von C. Die haben wir ja zum Glück eben schon gerade berechnet. Plus, Dollar und Klammer zu. Und jetzt E. Ist wieder genau dasselbe Spiel wie hier oben bei C. Zuerst mal First von D. Warum First von D? Weil es wieder hier nach E kommt, D ist. War das eine gute Erklärung? Wir haben aber jetzt wieder das Problem. Achtung, D. Das könnte, das First von D könnte auch ein Epsilon sein. Und wenn das First von D ein Epsilon sein könnte, dann wechseln wir unsere Farbe zu so einem hässlichen Grün und schreiben Follow von D auch noch mit rein. So, und was ist das dann? Wir gucken uns das an. First von D stand hier oben, ganz einfach. Entschuldigung, natürlich wieder ohne Epsilon. Ist nur die Multiplikation. Und dann Follow von D. Was war Follow von D? Plus, Dollar und die Klammer zu. So, und für alle, die das jetzt noch mal ein bisschen schöner sehen wollen, habe ich das mal schön vorbereitet. Das ist unser Endergebnis. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, wie immer Fragen, Anmerkungen in die Kommentare. Und wie immer Videobeschreibungen lesen, Updates, werde ich da reinschreiben. So viel dazu. Vielen Dank fürs Schauen.